Jetzt weiß ich, warum die Werkzeuge doch viel cooler sind, weil sie noch mehr aushalten. Mir ist noch nie was kaputt gegangen und wenn dann ich nach fünf Jahren mal kurz ins End... I'm on the way to end! Terminast. Ich bin jetzt bei 1119 von 1561 Durability. Und jetzt hast du Panik. Und es sieht so aus, als wäre es ein bisschen weniger als voll und das mag ich nicht. Weißt du was? Ich als, wie sagt man das, als auch Schwabe, kann ich verstehen. Gut. Wann haben wir eigentlich etabliert, dass Schwaben die perfekte Lebensform ist? Eigentlich schon immer. Ja, also ist ja auch richtig, aber... Ich weiß es nicht. So ist halt die Welt. Ja. So ist die Welt, so ist es. So ist mir auch gefällt. Oh, guck, guck, oh, guck, warum kann ich einfach... Shift! An die Kante? Ich fliege nicht runter. Wie mache ich das? Es kann wieder schon, wer entdeckt, die Weltzeit, oder? Ich glaube schon, wer hat ein Gichtfingerzeit. Ja, das ist auch nicht selten. Ich dachte, ich habe schon fünf, aber irgendwo ist ein Sechster und ich weiß nicht wo. Ich weiß auch nicht. Schon wer? Ja. Du machst mir gerade Angst. Ich dir. Du mir. Du hast Angst. Ich hasse Angst, ja. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir, du dreckiges Weichein. Du dreckige. Das ist einfach so. Das war's. Du dreckiger Däähn. Du dreckiger Däähn. Wieso sollst du der dreckige Däähn sein? Weil ich dreckig bin. Ich mag Spongebob. Ja, ist ja auch das Beste. Weißt du, wer Spongebob nicht mag? Richtig! Boah. Ey. Boah. Ey. Wo sind die? Wo sind die? Wo ist sie? Pass out. Ne, das ist das. Vielleicht ist der in der Schule und fangt gerade mal da. Hey. Hi. Ähm. Fischangriff. Fischangriff. Hi Fischangriff. Weißt du? Wegen. Das denkt, dass ich dann. Ja, der denkt viel. Rob ist gejoint. Krass. Passiert heute nicht zum ersten Mal. Ohne Optifine kann ich meinen Tromm nicht getreten. Warum? Weil es leckt wie die Sau. Wat? Warum? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich wegen, äh, Redstone. Wie viel Redstone hast du da? Warum? Das ist ein Turm, der blinkt mit dem Schriftzug R.O.B. Im R.O.B. Tower bin ich gerade. Wie viel Redstone hast du verbaut, dass es blinkt? Drei. Da, hier die Etage ist vollgeklatscht mit Redstone. Nur, dass es blinkt. Oder auch noch was anderes. Er hat auch Lampen überall. Er kann quasi eine Erleuchtung hell oder dunkel machen. Ja gut, aber solange es nicht aktiv ist, muss es ja nicht für Leck sorgen. Die kleine Prinzessin halt schon wieder. Ja, der Aufzug ist das wahrscheinlich, die Clock im Aufzug. Warum? Und das wird halt mit Optifine ganz anders berechnet. Und halt eben so, dass es nicht leckt. Rechnen. Oh, aber es ist komisch. Ach, fuck die Bitch. Ach, fuck die Bitch. Oh, fuck die Bitch. Oh, yeah. Ach, fuck die Bitch. Bitchus fuckus. Bitchus fuckus. Fuckultus ministerius. Weißt du was? Ja. Fuck das kultus ministerium. ja faktas kultus ministerium ist das neuer zauber ich mag irgendwie das wort ministerium als aber nur was ausspricht man sagt nicht ministerium man sagt ministerium aber mit bisschen wut richtig so so richtig keiner mag euch wer weiß sie das ist nicht wie es ich mach mal hier die blöcke ausgehen aber ich will mehr machen damit was für blöcke prismarinen prismarinen pricks ja ok da kann ich dir nicht helfen da habe ich angst gehabt ach so du bist ja nicht behindert wieso und ja mir fällt da manchmal was auf weiste weil ich selber nicht ach ja das dachte ich mir und damals mit den römern auch alle retarded mein aufzug ist grad stecken geblieben zwischen zwei stockwerken das ist wohl offensichtlich an irgendeiner stelle was kaputt wie komme ich jetzt raus gar nicht nie mehr nie mehr meimer der meimi der meimi schmeimi für die der schleimi schleimi die du weißt schon wer willst du auch so ein kleiner schleimer du so riesiger schleimer die 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 wuschelstocks was wuschelstocks schweiz 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 wir haben ja heute ein rap gemacht ja und da war hackfleisch drin und und bacon richtig galo bacon und mais ich mag mais weißt du mais ist gut ich mag mais auch aber nicht diesen aus der dose weil das wirklich grauenhaft den nicht gut aber ich mag normalen mais auch und gegrillt oh ja oh und so du weißt schon du weißt du schreit ja ja und etwa nicht ich habe zwei effizienz fünf dinge habe ich mal gemacht krass oder ich habe drei effizienz fünf dinge habe ich mal gemacht krass oder ich habe drei effizienz fünf dinge eins eins hat bewutsamkeit eins hat glück und eins ist einfach nur effizienz war meine erste hacke ich nenne sie sexy hacke des hems der geilheit ja gunther der hund des kappers weißt du das tut mir ein bisschen leid ja also ich find's cool ja aber nur weil du nicht so reißen musst ja 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 ich weiß nicht wo ich wo soll ich die seelantern so platzieren ey wie mach ich das da was dunkles ja aber das wars da wars mit meiner beschwerde ne jetzt wo hilfe ja hallo die stadt ist schon so krass ich kann mich einfach sachen aufbauen die ist schon bewohnt mit zombies noch ein fledermäuse also viele fledermäuse und das sieht aus wie ein villager zombie ne das ist ein fledermaus das seltenste was spawnen kann ist glaube ich ein villager mini jockey auf einem hühnchen diamantröst diamantröst ja ich muss sich grad überlegen das sind viele parameter hier ist ein zombie villager das was ich nicht mag eigentlich sollten wir den eigentlich sollten wir den zurückzaubern pass auf verbrennt werden hast du mir nen nametag wir sind in atlantis komm mir mal nen nametag ähm kann nicht gleich gleich dann können wir hier in noch nennt wir können wir hier in atlantis ein kleines häuschen machen dann können wir hier in dann können wir hier in dann können wir hier in